Guten Morgen, Freunde des Währungshandels zum heutigen Wochenauftakt, 12. Dezember. Ich grüße wieder Christian Kemmerer on Air für JFD, mit dem JFD-Devisenradar. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Wir wollen jetzt auf den Markt schauen, der, ja, wenn man sich die Währungspaare anschaut und auch natürlich den Modus, die hier die Indizes an den Tag legen, eine ganz klare Geschichte. Heute, der Markt ist hier im Risk-On-Modus, hier geht die Party ab, der Yen im Schwächefall, also hier signifikant am Abwerten gegen die ganzen Währungspaare, die dann hier praktisch in Yen gehandelt werden, beziehungsweise auch mit dem Yen im Kontext stehen, hier massiv aufwerten. Heute Euro-Yen ganz vorne dabei. Wir wollen aber auf den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen schauen, der sich hier weiter nach oben erarbeitet, seine Bewegung weiter voransetzt. Wir haben hier im Tagesschart unlängst letzte Woche im JFD-Devisenradar schon das Währungspaar unter die Lupe genommen. Man muss aber auch unterstellen, dass wir jetzt neben dieser Abwärtstrendlinie, da gehen wir am besten mal in den Wochenchart, neben dieser Abwärtstrendlinie hier vom Hoch des Sommers aus 2015, hier auch einen sehr, sehr signifikanten Widerstand haben. Und der liegt jetzt eben unmittelbar voraus. Und ja, hier gibt es durchaus die Möglichkeit, dass das Währungspaar mal eine kleine Verschnaufpause einlegt. Denn wie wir hier unschwer sehen, ist die Rallye der letzten Zeiten oder der letzten Wochen vielmehr schon relativ massiv. Wir können mal, sage ich mal, vom Tief ausgehend hier dieser Kerze von der Trump-Wahl, beziehungsweise man könnte auch das Hoch dieser Kerze nehmen, aber machen wir es mal richtig extrem, sehen wir hier, dass das Währungspaar über 14% aufgewertet hat. Und das ist hier natürlich schon eine sehr, sehr massive Geschichte. Also gerade vom Niveau um 101 ausgehend, reden wir hier über eine erhebliche Bewegung und das eben auch in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Wenn wir uns überlegen, wie das Währungspaar hier aufgewertet hat in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen rund nach oben. Das Ganze, sage ich mal, nach unten hat es hier ein Stück weit länger gebraucht. Normalerweise ist es umgekehrt. Abwertungen sind hier in der Regel schneller. Aber gerade bei Yen-Pairs sieht man, wenn Trendbewegungen stattfinden, das Ganze dann doch schon manchmal ein Stück weit schneller. So wie wir es jetzt eben auch sehen. Und ja, das ist hier sehr, sehr interessant festzustellen, dass wir wirklich mehr als das Vierfache an Zeit gebraucht haben, sozusagen abzuwerten und jetzt hier im Beschleunigungsmodus das Ganze nach oben sich vollzogen hat. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Dollar eine Stärke erfuhr seit der Trump-Wahl. Ob das nachhaltig ist, das sei mal dahingestellt. Denn wie gesagt, die Ausgaben im Dollarraum werden natürlich hier nicht weniger werden durch Trump. Andererseits die gewisse Art des Projektionismus im Land selbst, beziehungsweise auch die Steuervorteile, die da so am Horizont schweben. Aber das muss alles bezahlt werden und da wird es dann eh spannend werden, wie sich das hier noch entwickelt. Tatsache ist, technisch sind wir hier unmittelbar vor einem Widerstand, der sich hier im Bereich um 116,50 befindet hier. Relativ gerade, punktuell ausfindbar. Zudem, wer sich mit Fibonacci beschäftigt, kann auch hier sehr schön feststellen, dass wir, wenn wir von dem Hoch des Sommers 2015 ausgehen zum Tief des Sommers 2016, dass wir hier relativ nah am Fibonacci Level 61,18 sind. Hier muss man natürlich immer ein bisschen Toleranz üben, aber grundsätzlich ist das natürlich hier schon eine sehr, sehr interessante Ausgangsbasis, die dem Währungsbau hier durchaus zur Verschnaufpause helfen könnte und es wäre noch nicht mal ungesund. Von der Saisonalität her sehen wir, dass wir hier relativ, nachdem wir jetzt eine starke saisonale Phase auch hinter uns haben, hier seitwärts plätschern so ein Stück weit bis in den Januar hinein. Wir sehen zwar Rückenwind nach oben, aber hier eben unterbrochen durch volatile Bewegungen. Insofern nicht ganz so ein sauberes Bild, aber letztlich grundsätzlich auch hier weiter bullisch. Ich gebe den Hinweis hier im Bereich um 116,50 mal aufzupassen. Sollten hier Umkehrsignale kommen, dann könnte man hier durchaus erwägen, mal ein Stück weit Gewinne mitzunehmen, beziehungsweise auch gegebenenfalls auf die Gegenseite zu setzen. Man muss hier einfach unterstellen, dass das Momentum schon sehr, sehr stark ist. Wir haben dennoch heute von der Daily Range aktuell 96 Pips zurückgelegt. Das ist die aktuelle Handelswoche und im Schnitt haben wir hier aber 117 zu erwarten. Das heißt also, heute ist längst noch nicht Schluss. Es kann ruhig noch ein Stück weiter rauf gehen. Aber 116,50, ich sage immer 15, 116,50, wie gesagt, als Widerstandslevel auf jeden Fall im Fokus halten. Hier auf Tagesschartbasis sieht man sogar, dass das Level um 116,20 oder wie gerade schon gesagt 116,15 ein Niveau sein könnte. Schrauben wir das noch ein Stück weit hoch, sind wir eben im Bereich zwischen 116,50 und 116. Diese Zone hier, die gilt es im Augenmerk zu behalten und in diesem Bereich könnte es durchaus zu einem kurzen oder aber auch größeren Rücksetzer kommen. Wir haben das ja hier letzte Woche im Devisenradar skizziert. Grundsätzlich weiter hoch, dann Rücksetzer. Gegebenenfalls kann dieser auch durchaus stärker ausfallen, könnte zum Beispiel ein solches Bild hier annehmen, um dann letztlich hier diese Abwärtstrendlinie von den Hochs aus 2015 sozusagen zu attackieren. Das bleibt eigentlich ein Ziel. Hier das Level um 118,75, 119 Yen wäre meines Erachtens eigentlich die nächste Zielmarke, die das Währungspaar anlaufen sollte, anlaufen könnte, rein technisch betrachtet. Gut, also US-Dollar-Yen, wir sehen auch gerade von dem Tageshochs kommen wir hier im Intraday-Shart ein Stück weit zurück. Das Bild bleibt dennoch bullisch und insofern gehen wir mal auf ein Intraday-Paar, was hier auch sehr, sehr interessant erscheint. Jetzt, wie gesagt, US-Dollar hier mal auf dem großen Schirm gehabt. Jetzt gehen wir mal in den Intraday-Bereich für den Neuseeland-Dollar-US-Dollar. Hier sehen wir den Stunden-Shart. Ich will nur ganz kurz sagen, das übergeordnete Bild ist ja bullisch. Hier im Wochen-Shart, Sie sehen diesen großen Aufwärtstrend-Kanal, wo wir hier auch eine Abwärtstrendlinie haben, die jetzt aber grundsätzlich noch weit, weit weg ist. Insofern hier wirklich noch gutes Momentum nach oben, also Neuseeland-Dollar hier weiter im Flow. Aber im Stunden-Shart hier die Situation, dass wir hier an einem Level sind. Das sehen wir jetzt gerade mit dieser aktuellen Stundenkerze, die hier eben in den Widerstandsbereich vordringt. Den Widerstandsbereich kann man hier von Ende November ableiten und sieht hier eine sehr schöne Horizontalzone, wo wir jetzt stecken. Das ist genau der Bereich, da sind hier einige Spikes in diese Richtung. Hier auch nochmal ein Rücklauf im Sinne eines Supports. Hier auch ein Stück weit zum letzten Freitag gependelt. Und genau in diesem Level sind wir. Das ist sehr, sehr interessant. Und jetzt eben die Gretchenfrage, wie geht es denn jetzt hier weiter? Wir nehmen mal die Pivots raus. Haben hier grundsätzlich einen Aufwärtstrend vorliegen. Kann man hier so ein bisschen skizzieren mit einem kleinen Spike nach unten. Also wie gesagt, generell hier ein positiver Pias. Doch warum Intra der interessant? Ich sage es Ihnen, weil wir heute einen sehr, sehr bullischen Wochentag haben. Beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, beim Kiwi. Der bullischste Tag schlechthin hier mit 62% positiver Schlusspreis. Und wir laufen schon hier in einen positiven Pias hinein. Wir sind hier am Tageshoch letztlich, so gut wie. Und insofern eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis. Und als wäre das noch nicht genug, haben wir heute hier auch eine positive Fuzi-Vektor-Logik, die ich Ihnen jetzt hier mal zeige. Opa la, das war der Yen. Da haben wir ihn heute ganz stark oben dabei. Am bullischsten Wochentag, hier auch mit dem bullischsten Pattern der Fuzi-Vektor-Logik. Und da sehen wir hier mit rund 67%iger Wahrscheinlichkeit, oder besser gesagt einer Trefferquote von 67% in den vergangenen 17 Jahren. Und 248 Erscheinungen gab es hier einen Zugewinn vom Bereich oder im Bereich 0,64. Und das theoretische Tageshoch wird hier auf 0,7210 gesetzt. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. 0,7210, da reden wir hier über die Hochs vom Freitag. Schrägstrich noch darüber hinaus. Und das kann durchaus möglich sein. Zumindest hier auch eben das Hoch. Hier bei 0,7188 scheint der Strebenswert. Und da haben wir schon noch eine schöne Strecke vor uns. Also wenn der Widerstandsbereich hier aktuell um 0,7150, 0,7160 per Stunden Close überwunden werden kann, dann spricht hier neben dem bullischen Wochentag und dem bullischen Pattern anhand der Fuzi-Vektor-Logik einiges für weiter steigende Preise. Und insofern hier eine sehr, sehr schöne Option für einen möglichen Long Trade. Doch beachten Sie natürlich, der Montag ist zumeist ein relativ zäher Tag. Hier fehlt es manchmal an Dynamik und Power. Aber dennoch statistisch der Neuseeland-Dollar eben hier mit einem positiven Unterton. Und insofern wollte ich ihm das Währungspaar mal nicht vorenthalten. News-Technisch heute auch relativ dünn gesät. Es kann hier am Nachmittag in Great Britain ein Stück was geben. Interessant, gerade weil wir Neuseeland-Dollar auch hatten, heute hier wieder am späten Abend mitteleuropäischer Zeit Umsätze im produzierenden Gewerbe. Ja, das kann wie gesagt noch beeinflussend wirken, aber da ist der Tag auch schon so gut wie gelaufen. Und insofern bleibt Intradäme abzuwarten, ob hier ein Stück weit Momentum noch nach oben schwellt. Ich sage danke fürs Zuschauen, meine lieben Zuschauer. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in die Woche. Erfolgreichen Handel vor allem und wenn Sie mögen sind wir uns definitiv morgen wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.